Ardex X77 Microtec Flexkleber Speziell für die Wand Ardex X77 Flexkleber mit der innovativen Ardex Microtec Technology erreicht durch die Verwendung spezieller Rohstoffe und beschichteter Fasern eine besondere innere Festigkeit der Dünnbettmörtelschicht und einen extrem hohen Haftverbund zwischen Untergrund und Belag Durch die sehr hohe Flexibilität des Mörtelbettes werden Scherspannungen wirkungsvoll kompensiert und Flankenabrisse der Fugen wirkungsvoll minimiert X77 garantiert dabei höchste Leistung durch dauerhaft höhere Haftzugwerte höchste Produktivität durch eine lange Einlegezeit und bietet überragende Verarbeitungseigenschaften und höchste Sicherheit durch nahezu vollflächige Benetzung X77 ist wasserfest, frostbeständig, ausblühungsfrei und sehr ergiebig Ardex X77 Microtec Flexkleber zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut mit einer langen Einlegezeit und höchster Sicherheit durch Faserverstärkung ökitime Projekte Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017